Wir sind im Renovatioladen in Hamburg bei Marcel Jansen und sehen Einlegesöhlen. Warum? Ja, Füße sind unser Fundament des Körpers. Die Erfahrung machen wir glaube ich alle, nicht nur die Leistungssportler. Vor fünf oder sechs Jahren hat das Ganze in Mönchenglapper angefangen, dass der Gründer und Physiotherapeut Einlagen mitentwickelt hat, die für die Menschen wirklich Sinn machen, die uns helfen. Und diese Chance geben wir nicht nur unseren HSV-Spielern und auch Nationalspielern wie Miro Klose und Co. eine individuelle Vermessung zu bekommen und eine hochwertige Einlage, wie sie hier stehen alle, für den Alltag, sondern eben jedermann. Also man kann auch hinkommen, wir haben Gutscheine auch für die Vermessung einfach mal zu sehen, dass Füße doch unser Fundament sind und dadurch, dass wir Schuhe tragen, ist es einfach so, dass die Fußmusikatur nicht so arbeitet, wie sie soll. Und dadurch kommen wir in eine schiefe Haltung. Deshalb hat man auch Rückenschmerzen, Knieprobleme, also eine der größten Volkskrankheiten, die es gibt. Und die Einlagen helfen wirklich extrem dabei. Und wir machen uns auch die Mühe, den Leuten die gleichen Möglichkeiten zu geben wie unseren Leistungssportlern, ohne dass sie dafür extra viel Geld bezahlen müssen. Das hört sich gut an. Auf besseren Füßen stehen und Marcel Jansen kommt zu uns zu Talk Talk. Stimmt doch Astrid, oder? Das stimmt. Und wir kommen zu Marcel Jansen zum Fußvermessen und werden uns vom Orthopäden auch ein Rezept ausstellen. Oder, Peter? Absolut. Buss. 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 Vielen Dank.